Guten Morgen, seid ihr? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Ich zeige euch heute wieder, wo die Nussschale liegt, aka der Schriftfakt. Es liegt hier oben in Palito Bay an dieser Seezunge. Ein bisschen versteckt, aber man findet sie schon. Dann steigt ihr einfach aus euren Havoc oder Heli oder was auch immer. Holt euch die Kiste, snackt euch die 20.000 bis die 2.000 AP. Habt ein neues Teil für das Piratenoutfit und ja, einfach weiter Havocool. Jetzt zeige ich euch hier noch ein Havocool. Ich verabschiede mich dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.